Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Montag, dem 12. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 764. Und ja, diese Woche werde ich auch den Achim noch vertreten, da er noch bis Mitte Woche in den Staaten ist und somit dann ab nächster Woche wieder übernimmt. Zuerst haben wir Austauschprogramm, keine Exklusivtitel, Account-Switcher, YouTube-Music und GT0220. Das erste Thema ist eben genau das Austauschprogramm. Wenn ihr ein Smart-Battery-Case, das sind diese Knubbeldinger, die man hinten aufs iPhone stecken kann, damit es mehr Strom für unterwegs hat, und das eines ist, das zwischen Januar 2019 und Oktober 2019 hergestellt wurde, dann kann es sein, dass ihr Probleme damit bekommt. Zum einen, dass sich das Case nicht lädt, wenn es an der Steckdose hängt, und oder das iPhone nicht mit aufgeladen werden kann. Das Tolle an diesem Case ist ja, dass es zuerst das iPhone und dann das Case selber lädt, wenn ihr beides anschließt. Und ja, das hat anscheinend ein kleines Problem und deshalb gibt es ein Austauschprogramm dafür. Wer ein solches hat, aus dem Zeitraum circa, der sollte mal bei Apple vorbeigehen, weil ja, neuer Akku ist nie verkehrt, würde ich doch sagen. Weiter geht es mit keinem Exklusivtitel. Genau solche soll es nicht für die neue Xbox Series X, also die kommende Xbox Serie, die auf Ende des Jahres angekündigt ist, geben. Das heisst, man wird da zumindest von Microsoft Seite her keinen sogenannten Exklusivtitel rausbringen, der an die neue Box gebunden ist. Das heisst, wenn neue Spiele kommen, und die kommen garantiert gegen Ende Jahr, für eben unter anderem die neue Konsole, kommen die eben auch für all die anderen Konsolen und da Games Anywhere funktioniert, mit immer mehr Spielen. Somit dann auch natürlich für all diejenigen, die auf dem Desktop spielen, auf dem Laptop, auf dem Tablet, was auch immer. Und das finde ich eine tolle Neuigkeit. Das sollte Sony auch so machen. Aber mal schauen, ob sie es auch tun. Auf jeden Fall gibt es keinen Grund mehr, eine neue Box zu kaufen, wenn man sie nicht unbedingt braucht und oder eben immer das Neueste haben will und somit kein Kaufzwang mehr. Finde ich gut. Dann hat Google im letzten August eine neue Funktion aktiviert, worüber man in der Mail-App einfach zwischen einzelnen Accounts switchen kann. Das Switching zwischen Accounts bei Google war ja schon immer hässlich und hat sich nicht wirklich verbessert durch die drei Punkte oben, also das Avatar und dann das Wechseln. Das waren zu viele Punkte, die man antippen musste. Neu eben in der Mail-App oder eben seit letztem August in der Mail-App geht das mit einem kleinen Switch nach unten. Und das Ganze ist jetzt ganz neu auch in der Podcast-App eingegangen, also in der Google-eigenen Podcast-App. Wer die Podcast-App nicht bis jetzt gesehen hat oder genutzt hat, ein Testbericht ist verlinkt bei den Shownotes oder auf daily.geektalk.ch und genauso ist natürlich verlinkt der Beitrag, wo das Ganze gezeigt wird. Und es ist auch noch verlinkt ein Video, wo ich das ganz kurz zeige, denn mir gefällt die neue Switching-Funktion extrem gut. Mit meinen ganzen Google-Accounts kann ich damit viel schneller switchen und ich hoffe, das kommt auch für YouTube, denn nicht nur bei einem Podcast habe ich unterschiedliche Accounts für unterschiedliche Themen, sondern eben auch bei den YouTube-Accounts und somit wird es mir das Ganze deutlich erleichtern. Zu guter Letzt habe ich noch, was habe ich noch? Genau, YouTube Music soll eine Funktion bekommen, die schon länger zugesichert wurde, die es bis jetzt eigentlich nur bei Google Play Music gab. Mögt ihr euch noch daran erinnern? Das wird eines der nächsten Produkte sein, das auf dem Google-Friedhof landen wird. Ja, genau. Aber die neue Funktion, die Einzug erhalten wird in der nächsten Version 3.4.6, soll der User-Upload sein. Man konnte nämlich bei Google Music, das ist auch der Grund, weshalb ich darauf gesetzt habe, die Musik, die man selber besitzt, in die Google Cloud hochladen und dann damit anhören. So habe ich damals ein Backup meiner Musik gemacht, also eines meiner vielen Backups, und das soll bald eben auch bei YouTube Music möglich sein. Mal schauen, ob dann der Upload auch so lange tut, wie er es damals tat bei Google Play Music. Da habe ich ja Wochen drauf gewartet, bis alles drauf war. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für einen Wochenstart für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und könnt jetzt wieder erfrischt in die neue Woche starten. Euch einen guten Start und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Ach ja, GT0220, die neueste Folge vom GeekDoc News Format ist online. Da habe ich unter Jahr einen kleinen Rückblick auf die CES besprochen. In dieser Woche kommt noch eine zusätzliche Sonderfolge mit dem Achim. Wenn er dann wieder da ist, machen wir eine Aufnahme mit den Dingen, die er an der CES gesehen hat und über die man sprechen sollte, könnte, dürfte oder wir es einfach tun. In diesem Sinne, euch nochmals. Einen schönen und erfolgreichen Start in den Montag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.